Musik Noch ein Neuzugang zum Modellauto Montag. Diesmal der 2015er Skoda Fabia 3 in 1 zu 18. Wer meine Videos aufmerksam verfolgt, wird erraten, dass es sich mal wieder um eine chinesische Miniatur handelt, weil es eine entsprechende 1 zu 18 Verkleinerung bei uns nicht zu kaufen gibt. Der Fabia der dritten Generation des Skoda Kleinwagens ist einer der Verkaufsschlager der Marke, gleich nach dem Octavia. Der gelbe Modell Fabia aus China ist aber mit der bei uns erhältlichen Version weitestgehend identisch. Unterschiede gibt es mal wieder beim Dach. Dieses ist bei uns nur als Glasausführung oder Stahldach zu bekommen. Bei diesem kleinen Chinesen ist das schwarz gehaltene Dach aber mit einem Ausstelldach versehen. Zu öffnen sind alle Türen sowie Motorhaube und Heckklappe. Die Außenspiegel lassen sich zudem anklappen. Darüber hinaus lassen sich die Sitze des Fabias verschieben, was mir zumindest bei diesem Modell erstmals aufgefallen ist. Die Lenkung ist funktionsfähig gehalten und auch eine Federung wurde dem Modell spendiert. Passend zum schwarzen Dach wurden auch schwarze Felgen auf die Miniatur gezogen, welche durch silberne Elemente wie beim Original aufgewertet wurden. Auch der Innenraum wurde zweifarbig gestaltet, wobei weitere Details durch Aufdrucke verstärkt wurden. Auch von unten wurde der kleine Skoda sehr dreidimensional umgesetzt. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß beim Video. Weitere Links zur Homepage und weiteren Videos auf dem YouTube-Kanal findet ihr über das Infosymbol. Lieben Gruß und bis zum nächsten Mal. Euer Philipp Vielen Dank!